Die Aargauer Regierung mit dem Soundtrack zum Leben. Exklusiv bei Radio Algovia. Jetzt mit dem Regierungsrat Roland Brogli. Der Weg der Schweiz feiert dieses Jahr sein 25-jähriges Jubiläum. Was einen so bedeutenden Namen trägt, ist ein Wanderweg um den Urnersee. Der Weg der Schweiz ist 1991 ein Geschenk der Kantone zum 700-jährigen Jubiläum der Eidgenossenschaft gewesen. Der Weg ist in 26 Abschnitten unterteilt. Für jeden Kanton ein Abschnitt. Im September 1991 haben der Aargauer Regierungsrat und der Grossrat an einem gemeinsamen Ausflug den Aargauer Teil vom Weg der Schweiz draussen bei einer Brötelten im Besitz genommen. Das war ein ungezwungener und lustiger Tag. Man hat Witze gemacht und zusammengelacht. Die Parteizugehörigkeit hat keine Rolle gespielt. So hat man sich auch einmal von einer anderen Seite kennengelernt. Das hat dem politischen Alltag gut getan. Heute machen wir keine solchen gemeinsamen Ausflüge mehr. Heute verhandelt man lieber per E-Mail am Telefon von unterwegs her. Das hilft Zeit sparen. Aber wird das dem Homo politicus gerecht? Also der Menschen, die so gern mit anderen reden, Ideen aushacken, Bündnisse schmieden und gemeinsam Lösungen finden. Menschen, die zusammensitzen und etwas besprechen, können unerwartet kreative Ideen entwickeln und etwas bewirken. Und davon lebt doch Politik. Heute ist zum Beispiel Sparen angesagt. Ausgaben müssen gekürzt werden, Einnahmen, falls nötig, erhöht werden. Das gemeinsame Ziel der Regierung und des Parlaments ist ein ausgeglichener Finanzhaushalt. Leider passt die Abschaffung der Grundbuchabgabe, die wir am 5. Juni darüber abstimmen, nicht zu diesem gemeinsamen Ziel. Sondern unterläuft das Ziel sogar noch? Wer weiss, vielleicht hätte ein Ausflug hier noch eine andere Lösung gebracht. Ein Ausflug wie damals, wo wir zusammen unseren Abschnitt vom Weg der Schweiz beschritten haben. Nehmt wir uns doch wieder Zeit, zusammen sorgfältige Lösungen zu finden. Und kommen wir im Homo politicus entgegen und besprechen unvoreingenommen Themen wieder persönlich. Und das vielleicht sogar draussen an der frischen Luft. Der Regierungsrat Roland Brogli. Exklusiv bei Radio Algovia.